Unseren Odin, der hat nämlich aktuell ein Gewicht von 1,6 Tron. Das ist bei vielen Ronnen auch so, dass die Welt 1.600 Kilogramm ist. Genau. Hier bei uns die pazifische Walrosse. Das ist eine von zwei Unterarten, die es bei den Walrossen gibt. Das andere, das sind die atlantischen Walrosse. Der größte Unterschied ist...